so jetzt sind wir kurz vor den vor den plünderern die da das noch fliegen ich gehe mal ein stück näher dran so was heißt hier wichser selber wichser ist so dass sie danach war ja ist also ich habe irgendwie so auf geht's kisten sichern kisten sich sicher nicht legen dran ohhhhhh 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 ja kommt hier Captain Jack Sparrow 5 hier Bereich verteidigen 2 minuten also knapp 2 ohhhhhh wo kommt die jetzt her Bom oh das wird nix ne ist auch nicht ja Junge dann darfst du mal nicht als deinen Arsch ausstrecken ist aber schuld oh Wack oh das war das war das war ne scheiß Idee was mache ich hier alter nix nix falscher Stadtteil boah ich treffe aber gar nichts jetzt habe ich ihn getroffen wo rennst du den hin bleib doch hier lass uns doch spielen na dann nicht na dann nicht ja da ist einer oh my god oh shit nachwärtsum nehmen boom weg ist auch komm her Junge zieh dich nicht so ich tu dir doch nicht ach scheiße ja ja schafft diese Randalierer von der Straße kann ich denn nix dafür wenn die da rum randalieren oh jetzt krieg ich hier äh Unterstützung durch ein Team anschein aber ich müsste mal ein Stück weit davor glaub ich ja ok müsste ah so olle du gehst mir aber auf den Sack Vandalierer von der Straße ach komm lass mir dort das Ding mal in deinem Kopf platzieren so zum Beispiel so zum Beispiel Alter das ist richtig ich glaube er hat jetzt Kopfschmerzen oh ey echt jetzt Leute trefft ihr auch mal was bin ich der einzige hier mit Schusserfahrung komm wir gehen jetzt hier raus fertig aus ups weg ist er Ziel erfüllt ja gute Arbeit Agent jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten ja das freut mich ok zurück zum Safehouse so wie ich das jetzt sehe und dann kriegen wir die nächste Mission oh yeah was ist denn das da so Alter dass die die geschafft haben noch dieses Auto so kaputt zu kriegen ne das ist auch Wahnsinn äh irgendwo da hinten da muss ich rum äh oh wei das ist echt böse da liegen noch die Taschen ich glaube die wollten weg und haben es dann irgendwie nicht mehr geschafft bevor diese ähm Epidemie praktisch ausgebrochen ist und wir sind wir sind anscheinend immun oder so ich weiß nicht warum diese Division äh Agenten das alle überlebt haben und keiner von denen irgendwie diese Krankheit hat das hat da mit Sicherheit mit einer irgendeiner Immunität oder sowas zu tun Hi Leute so ich geb mal meinen Bericht ab wir haben gerade noch den Deckel drauf gekriegt bevor es überkochen konnte wir alle danken ihnen ja auch kein Problem was sie getan haben bedeutet mir persönlich sehr viel da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe cool yo Bro so wieder über das Sofa und ab geht's rennen wir durch den Schnee das ist ein bisschen kalt oder irgendwie so ich weiß auch nicht da ist so düster und grausam und kalt aus warum ausgerechnet im Winter kann so eine Katastrophe nicht mal im Sommer passieren also ehrlich immer Winter Winter äh Revierbelagerung okay Polizeirevier anscheinend was warst du dabei? okay Zuschauer mhm ja mit meiner dicken Bumme mhm der hat auch wieder nichts damit zu tun man muss mich nicht Gott nennen man kann mich auch einfach Phönix nennen mhm Agent Agent bringen sie das Revier wieder unter Kontrolle verlieren wir es verlieren wir Brooklyn okay da kommt ja was okay schon mal ausgeschaltet ging auch relativ einfach oh was ist denn das da oben was ist das da oben sind welche wir haben Bewegungen auf dem Dach ich glaube die haben Granaten das sind Typen mit Granaten die sollte man bevor sie ihre Granaten werfen abschießen so zum Beispiel haha geil jetzt sehe ich aber gar nichts mehr die schwanken fröhlich rum und ich sehe nichts mehr was soll das oh mein Gott genau plündert mal woanders weiter Checkpoint Charlie auf geht's Brooklyn Zentrale hier Division Command wir haben einen Agenten zur 84. geschickt aber alle Eingänge sind blockiert Division das ist die beste Nachricht seit Monaten kommen sie von hinten über das Parkhaus vorhin hinten vorhin hinten boah schießt der auf mich das gibt es ja nicht alter gibt es gleich mal einen Headshot oh wo ziehe ich den hin bumm so weiter vorrücken immer weiter vorrücken immer weiter vorrücken wo da da war was da hinten kommt der mit dem Stock auf mich an also ehrlich das ist wie wenn der mit dem zum Messer zum Messerkampf mit einer Pumpgun kommst du nur dass ich die Pumpgun hab und der das Messer halb Wahnsinn Alter bitte komm da oh es wird dunkel komm zeig dich mach den Kopf hoch ja das war ein cooler Move Junge mein Agent BAM weg damit ich schieß doch gar nicht ich spring doch einfach oh Splitter ne wir haben eine erste Splittergranate sehr schön ich hätte gerne mal einen Offsatz für die Knarre haben wir einen Offsatz ey Junge du bist ja der Burner soll ich dich retten komm ich bren ich lösch dich ich lösch dich ich lösch dich kriegen wir hin oder was ich wollte doch hallo boah die warten aber auch nicht auf mich Au was soll das hier Peller na dock dich Medi-Kid noch benutzen so einer ist da noch ich weiß dass da noch einer ist oder was was das jetzt gehen wir ein Stück vor ja kein Problem hoher erste Hilfe Paket sehr schön ok ab ins Präsidium LLPD ne das ist glaube ich nicht ne ach stopp da war noch eine Waffenkiste da können wir erstmal schön nach Munition aufstocken man weiß nie für was man sie braucht so irgendwo höre ich da jemanden da hinten ok wie machen wir das am dümmsten komm die setzen wir einfach an seinen Arsch boom so der hat ein paar Problemchen der kann jetzt die nächste Zeit nicht mehr kacken gehen und wenn doch dann äh mit einem größeren Loch das fällt dann einfach raus boah ja Leute wie soll ich denn so an euch rein kochen wird da so ein Schläger da komm stirb doch bitte alter schwere ich kriege schon wieder richtig Damage so weg ein Stück näher dran da ist noch ein Medikit finden die Geiseln es gibt hier Geiseln ok holen wir die Geiseln raus beim letzten Mal in der Bank hat es ja auch gut geklappt also Tür mal öffnen und rein da so da ging da was oh ein Türchen Nahrungskonserven was Nahrungskonserve also irgend so ein Nahrungszeug das ist doch ja ist es das guck mal hmm ich war es nicht ich bin der perfekte Agent ich töte lautlos stopp was bist du Kiste wo soll ich sein nein ah da was war drin keine Ahnung war überhaupt irgendwas drin keine Ahnung egal weiter du hast noch eine Waffenkiste zum Aufmunitionieren das haben wir aber gerade oben gemacht würde sagen wir gehen hier einfach mal rein oh jetzt habe ich eine Granate genommen ah Schutz oh die ziehe ich aber gleich mal an Schutzweste was wie rausbringen wo seid ihr überhaupt Hallo ihr Geiseln wo seid ihr ach da hinten da muss ich hin komm spring mal da rüber du Agent ach da waren die Geiseln ok ja kein Problem Junge tue ich immer wieder gern man gönnt sich ja sonst nichts wo muss ich denn jetzt hier hin ein bisschen komisch das Präsidium achso da war noch ne das ist das stopp das sind doch so Kisten oder naja das sind definitiv so Ausräumkisten wo ist die Kiste da irgendwo ich müsste ah hier Schrank Nahrungsmittelkonserve ok die Dinger sind irgendwie für Elite Gegner oder irgendwie sowas kann man damit anfangen irgendwie wenn man die verschiedenen Sachen nimmt in verschiedenen Kämpfen noch ne Nahrung wie konnte man die eigentlich auswählen ich glaub so ne ja genau hier steht auch da ach Heilungseffekt ok die sind nur zum heilen gibt es aber auch noch Wasserflaschen stopp mal Wasserflaschen und so andere Sachen zum heilen was habe ich hier eigentlich gefunden gar nichts oder was ist das gewesen ach ein Medipack habe ich aber voll ok stopp könnte ich mich mal heilen und nehme das andere einfach mit machen was doch mal so hahaha so da bin ich ganz allein drauf gekommen ne es ist kein Medipack was ist oh es ist auch eine Konserve könnte auch eine Konserve sein ich habe keine Ahnung vielleicht gibt es ja am Anfang nur Konserven Alarm Feinde entdeckt oh mein Gott schon wieder wo da weg ist er durchs Sofa ich habe gerade durchs Sofa geschossen das schöne ist beim Controller äh die Kamera zieht mit ha ich aktiviere jetzt mal eine Granate wie hatte ich das gemacht achso genau und dann hier Junge du stehst mir voll im Weg nimm mal die und damit hat sich das und dann gehen wir hier ein Stück näher ran so da hinten ist glaube ich der letzte ja die kommen immer als Meute die sind praktisch das Moodle komm raus so keine Neustartzone ok was heißt das das heißt ich kann jetzt nicht neu starten wenn ich hier drauf gehe oder wie egal das schaffen wir das schaffen wir